erhört ich denke bei dir gehört die Maus 2 die Nächte ja ich kann es hat er auch gar nicht das ist das war klar das hat jetzt ein Dattel das hat Klack 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 so macht kein Pferd Pferde macht das war auch ein Klack Klack die Alkab dort wird auch noch das Pferd ist weiß Rene die Töte sein Pferd ich halte mich daraus ich kann ihr helfen Pasi du musst einfach nur Schiff drücken ja ok Pasi musst nicht mehr eingreifen Pasi willst du dich betteln? so und jetzt pack ich dem noch ne Rüstung drauf dem Kackteil es wird jetzt voll das Schlachtpferd hier guck dir dieses Schlachtpferd an Pferde Pferde er aus ja Borgi er offen sein mit diesen Scheißpferd Leder Sachen zugleich durch Jungen Juncker Pferde Kölsch aus dem Motiv Pasi Kamp Pferde Pferde macht schon mal Tag ja ich mach schon voll geil Scheißpferd Mann das verreckter gerade Pferde Pferde verreckter Pferde Pferde oh man voll traurig ich hatte keine Chance zu überleben Pferde Pferde wie das aber ausnahm wie das da einfach verreckt ist Pferde Pferde ey aber die machen ja die nervigsten Geräusche aller Zeiten oder Pferde oh ja Mist hast du ja auch die ganze Zeit Pferde zu killen mach weiter ich bin nicht mal bei Minecraft gerade drin doch nein ich bin gerade drin ja was ist geschafft echt nächste Level wartet ich war es ja schon okay wir können jetzt noch 10 Minuten das hat ja mann Sachen an das ist meines das ist meins also pack das nicht an das ist tot wir können noch 10 Minuten hier machen machen hm Don't take that I've forgotten this job siehst du nein fuck der erste Sprung ist voll einfach aber egal ja zählt kann ich hab jetzt gerade zwei Mal hintereinander geschafft ey 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 nein das ist ein kleines Schwerpunkt hat die Verpackung die Kalecki betritt jetzt kann ich den Roman Brot essen also ich weiß nicht was ein bisschen weiter hr nun nur die Sprünge sind nicht besonders schwer wenn wir nicht mehr irgendwie nicht was war aus Sprengender da kann sich vergeben es ist einfach wirklich einfach auch das was auch die Verkaufung wenn wir ja klar passen das ist auch schon die ganze Zeit kaputt dass er konnte ich nicht mehr weiter Prozent die Euro gerade dreimal gleich war es bleibt hat geklappt ich werde sie für nun es war Zufall weil ich springe hat sie er um und wenn es gelingt vom Zufall ab das ist eigentlich wirklich ein Kohleblock oder Marco mich nur verarscht Marc hat sich verarscht hier ist ein Kohleblock Marc hat sich nicht verarschen es gibt auch ein Haft Hammer Hafer Dingens was kann man mit dem Kohleblock machen Bob also das ist ein Kohleblock sieht aus wie obsidieren oder schwarze Wolle ist aber Kohle hier steht auch Block of Kohl und das ist auch neuer Hammer Geil das kann man glaubt den Pferden geben nee das ist um sich das selber zu ver- okay ich hab mein Schmerz Rauchen ist das ne so ne Ultrazigarette ist das voll der Joint ey so ein Bio-Joint ist das oh ja Boah pass ich hoffe das jetzt oh man sag doch nicht dass ich das schaffe dann schaffe ich das eh nie tja pass ich schaff das letzte Sache siehst du siehst du was sind die Partie ab ab gibt's noch irgendwas Neues wird es dann gibt's nicht nur hier vorgibt auch nichts Neues mitten im geschietesten Zeug ich mich abwerfen ach so Pferde ich Pferder ist okay das ist Pferder Rüstung Katz mit der Waffe entgegen kann ich sie nicht meine Tau das werden die Volker es war verdient bei diesen Scheiß Trank abgeschmissen da es gibt es auch Prozent was ich teste das jetzt mal Prozent Prozent hier hier ich muss auch nehmen musst du nicht Supergarten Maulesel ich habe Kohl Kohl war ja wieder meine Leine wie geil komm komm los du scheiß Esel komm her und dann gibt's noch dieses Tag hier oh ich glaub ich hey hört auf komm Eseli wir gehen woanders hin ihr seid's nicht erwünscht wir gehen woanders spielen Esel boah der kann nicht der oh nein Esel du dummes Stück Scheiße kommen das kommt nicht durch die Tür hey nur weil du keinen schönen Esel hast ich hatte ein weißes Ross wow hatte noch keiner scheiß Esel kannst du Minecraft Forum verbreiten ich hatte ein weißes Ross Esel müssen rossen bleiben du darfst auch mal deine Klappe halten Doppelpunkt D Doppelpunkt D Fick Dich Doppelpunkt D oh nein ich wollte ich wollte in dieses neue Dings angebinden ja pass ich noch weiter ich baue das schon wieder zusammen oh Gott ich mach das lieber draus nicht ich glaub ich stört das so hier was bringt das Tag weg hat jetzt ein Name oder was alter irgendwie findet er das geil oder so du geizt ihr damit Anflug holt sie jetzt ernsthaft irgendwie findet sie das Teil voll geil äh aufnahm ja hast du es schon geschafft René oh Gott es schwer sieht schwer aus der Passi naja es sieht recht kompliziert aus na das ist wahrscheinlich auch wieder total schwer für uns wie das war es ist so viele Pferde ich habe nur eins gespawnt hier sind drei Stück ich habe nur eins gespawnt das sind auch eure das sind auch eure René ich habe kein einziges ja wenn jetzt noch mal eine Schelle stellen star ich bin dabei muss nicht recht aggressiv werden sauber was das jetzt wieder gemacht haben sie es mir egal wo du bist ich guck jetzt René zu dann siehst du nicht viel doch ich sehe wie du verkackst und kein 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 Korinie muss einfach im letzten Moment abspringen das ist alles ach was ja wieso machst du es dann nicht oder du kannst natürlich auch durch springen direkt weil dann ist ein Sprung ein bisschen heftiger ja nicht nicht weil du noch auf dem ersten Block hier stehst das muss schon richtig so sagt okay ist das nicht funktioniert aber es finden jetzt okay René Versuch lieber normal okay ich sollte meine ganze Zeit wirken sie er machte Teil ein auf F1 F1 ich habe mit F1 jeder ja aber macht das eigentlich keiner versteht gar nicht so es gibt welche die das machen ja Prozent Prozent da habe ich vor kurzem Video gesehen deswegen ist mir das jetzt gerade aufgefallen voll geil ist das er sehr irgendwie kaum unterschied irgendwie bin ich besser damit also ohne okay es ist jetzt keine vor allem Schlüsse wo ist meine F1 also René du hast keine Zeit mehr weil es ist jetzt Ende okay ja Leute das war's für heute wir haben jetzt eine Kurzaufnahme gemacht eine Stunde ungefähr wir sehen uns beim nächsten Mal mit mir ein paar sieben und Kruppi nach oben Scheiße okay bis herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Minecraft Benchamerts mit dem René und den Lorient und mir das ja 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 die Challenge ihr werdet das denn was ihr darfst nehmen und je das danach noch freigegeben und nein es findet mich ja die gibt es alle auf Facebook ein wenn ich noch weil er nicht irgendwie klarer sagt Florian heißt na nach nahm frei oh die okay jetzt können sie nachher auf bringen also ich heiße Pascal Langer das ist aber das das Blöde bei Passer ist dass sein Nachnamen nicht zu seinen Proportionen passt ja weil er sich ist statt lang genau länger als lang geht sie das recht ein das war dann hast du wenigstens ein bisschen selbst boah das war die gut gegeben hat ja ja Herr Langer Penis Herr Langer Penis hey look at me n 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 halt auch so ich muss sich erst mal wieder dran zu hören ich muss mich erst mal von gewöhnen äh hier ist lieber Boah also von diese Spritzen von da so sie doch von Hedulappen und dann machst du so Bam Bam ja ganz einfach so doch passiert hier weg ich du wachst gerade mit dem Lauf aber ich stehe jetzt gleich die M-